Meine Top 5 Settings für Assassin's Creed bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Nardfrag hier auf meinem zweiten Kanal. Da gibt es ungeschnittene Labervideos auf meinem Hauptkanal. Wahrscheinlich kommt er eh vom Hauptkanal, also brauche ich das gar nicht erzählen. Heute mal 5 Settings, die ich mir für Assassin's Creed wünsche. Und ich glaube, da gibt es richtig viele geile Sachen, die man machen kann. Aber ich habe mir einfach mal 5 Dinge ausgedacht, die ich wirklich cool fände, die mal vielleicht ein bisschen was anderes sind. Vielleicht gab es schon, aber erst in einer schwachen Form, siehe Chronicles. Oder halt mal was komplett anderes. Und mein Platz Nummer 5 ist Böhmen, mittelalterliches Tschechien, Polen, sowas in die Richtung. Das fände ich halt super cool. Generell eine Sache, die nicht so viel thematisiert wird. Und das erinnert mich halt voll an Kingdom Come Deliverance. Viele von euch haben das Videospiel vielleicht auf meinem Hauptkanal gesehen. Das habe ich damals Anfang 2018 gebracht. Im Februar bis, glaube ich, Mitte März oder so habe ich das thematisiert. Ist ein bis heute beliebter Titel auf meinem Kanal. Wird bis heute immer noch gerne abgerufen. Das liegt halt daran, dass es ein super Spiel ist. Auf jeden Fall Spielempfehlung. Kingdom Come Deliverance. Und ich glaube, dass so ein Setting auch für Assassin's Creed sehr spannend wäre. Ich meine, Burgen, Ritter, die Missstände, die da waren. Da kann man richtig viel draus spinnen. Da kann man richtig viel Cooles draus machen. Und ich denke, dass Ubisoft da vielleicht ein gutes Potenzial hat. Nicht das größte Potenzial. Definitiv nicht. Da gibt es, glaube ich, Settings, die mehr polarisieren, die spannender sind. Zum Beispiel Wikinger oder Ägypten. Das ist, denke ich, einfach mal ein größeres Thema. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Fans dieser Epoche, des Mittelalters generell. Es war einfach eine rohe Zeit. Man hat gefühlt sehr viel vergessen, was man früher schon konnte als Menschheit. Und für mich einfach eine faszinierende Epoche. Ich glaube, das wäre definitiv eine ganz coole Bereicherung. Mein Setting Nr. 2, was ich ganz nice fände, wäre tatsächlich Deutschland. Aber hauptsächlich aus dem Grund, weil ich aus Deutschland komme und es einfach lustig und cool fände. Irgendwie vielleicht sogar in meiner Heimatstadt Düsseldorf oder Köln, wo ich ja auch mal gewohnt habe. Unterwegs zu sein und dort zu klettern auf dem Kölner Dom oder 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 oder. Also es wäre eine geile Sache. Ich denke, dass das nicht das Wahrscheinlichste ist, was man finden wird. Plus die Epoche fällt einem dann wirklich schwer. Also welche deutsche Epoche wäre dann die relevante für das Spiel? Wir wissen ja zum Beispiel in Assassin's Creed Valhalla. Da können wir in den Assassinenbüros Hinweise finden. Und einer dieser Hinweise ist, die Assassinen sind nach Köln geflohen. Also nach Colonia damals in das in die ehemalige Römerstadt. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Meiner Meinung nach kann man viel draus machen. Ja, also wenn wenn man schon Köln in den Ring wirft. Ich habe Darby McDavid tatsächlich auch im Interview gefragt. Wie sieht es aus? Würde es einen AC in Köln geben? Und die Antwort daraus, die wurde aus dem Interview rausgeschnitten. Ich persönlich kann aber sagen, ich mache mir nicht allzu große Hoffnung, dass es das mal geben wird. Ja, nichtsdestotrotz steht die Möglichkeit grundsätzlich schon. Also das will man natürlich nicht ausschließen. Aber ich persönlich fände es eine spannende Sache, einfach mal durch unsere Heimatstädte, unsere Heimatorte durchzustreiden, wie der Fachmann sagen würde. Und dort eben die Gegend unsicher zu machen. Was haltet ihr von Deutschland? Es ist ja immer wieder in den Ring geworfen worden. Gerade Zweites Weltkriegsthematik. Die passt natürlich von der Relevanz her. Das ist einfach für jeden relevant. Man hat es zwar schon hundertmal durchgekaut. Es wird auch noch hundertmal durchgekaut werden. Aber es ist halt auch dermaßen wichtig. Und ich glaube, da könnte man viel rausholen. Allerdings gab es mal, ich glaube in AC4 war es, ein Dokument von Abstergo. Und man konnte es so ein bisschen ummünzen auf Ubisoft. Denn da stand halt drin, ja, folgende Szenarien werden ausgeschlossen für das Animus-Projekt. Und da war halt unter anderem eben Gegenwart bzw. Zeit mit Schusswaffen. Das wurde als nicht interessant von Abstergo eingestuft. Aber ich meine, man kann es halt so übertragen, dass Ubisoft da einfach ein Statement hinsetzt. Und das ist schon lange her. Und das kann sich ändern, das ist klar. Aber dass Ubisoft einfach ein Statement da hinsetzt. Ey, das ist nichts. Das passt nicht zusammen mit versteckter Klinge, Assassinen und dann Schusswaffen. Ich meine, mit Aguilar gab es halt einen Film. Den gab es. Es gab auch bessere Dinge. Von daher, Deutschland fände ich schon ganz cool. Punkt Nummer 3, also Setting Nummer 3, wäre China. Die Chronicles China, klar, die gab es. Aber das in cool, das wäre richtig nice. So China, Japan, das wurde ja auch schon so geleakt, so halb zumindest. Und es wäre sinnvoll. Ich glaube, in AC3 gab es ja einen Hinweis darauf, dass China vorkommt. Und das bietet unglaublich viel Potenzial. Ninja, Samurai, all solche Geschichten. Ehre, Ehre brechen, Ehre genommen und so weiter. Das sind da, glaube ich, die relevanten Themen. Wir haben es natürlich in Ghost of Tsushima mit Japan auch wirklich schon durchgekaut. Ist aber immer noch eine polarisierende Sache. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube, Ninja, Samurai und irgendwas ist dann wahrscheinlich doch nicht China. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da gab es richtig viele spannende Epochen. Vor allem natürlich damals, Zeit der Baus der chinesischen Mauer ist ein bisschen lange her. Von daher vielleicht zu lange her. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Könnte ich es mir aber grundsätzlich gut vorstellen. Ich glaube, dass es spannend wäre. Vor allem einfach mal eine andere Kultur. So, Sache Nummer 2. Und ich bin ziemlich müde. Ich habe heute, glaube ich, schon 12 Videos produziert. Einfach mal für die Weihnachtsferien. Indien. Indien fände ich auch sehr, sehr spannend. Auch da gab es die Chronicles India. Weiß ich. Aber Indien ist einfach ein Land, über das ich persönlich sehr wenig weiß. Ich weiß, die haben sehr geiles Nanbrot. Ich weiß, die haben geile Gewürze, leckeres Curry. Und da hört es dann gefühlt schon auf mit meinem Wissen über Indien. Und das fände ich halt ganz geil. Einfach, ich nutze halt auch AC natürlich gerne, um mich einfach vorzubilden. In interkulturellen Kompetenzen, beziehungsweise auch andere Länder, andere Sitten kennenzulernen. Und das ist halt perfekt. Einfach mal so etwas, so ein bisschen ab vom Standard europäischen Schuss, sage ich mal. Indien würde ich wirklich cool finden. Und da kann ich auch keine konkrete Zeit nennen, die mich begeistern würde. Vielleicht habt ihr da eine coole Idee. Aber grundsätzlich, ja, einfach eine spannende Sache. Eine coole Kultur. Hatten wir natürlich mit Syndicate schon erste Connections. Aber das halt in einem anderen Kontext, in einem anderen Rahmen. Man könnte diesen Rahmen natürlich auch nutzen. Und dann tatsächlich irgendwie so 17, 18, 19, 100 nutzen. Ja, vielleicht. Das könnte auch funktionieren. Ich glaube, das könnte sogar gut funktionieren. Auch da auf jeden Fall nochmal ein Ansatzpunkt. Generell fände ich es halt auch mal wieder spannend, tatsächlich ein AC in einer etwas fortgeschritteneren Zeit wiederzusehen. Nicht zu fortgeschritten, aber ja, nicht so weit zurück wie eben Odyssey Origins. Valhalla ging ja noch, aber war tatsächlich auch sehr roh und sehr back to the roots. Meine Nummer 1, tatsächlich Sibirien. Das fände ich super geil. Einfach mal Russland. Irgendwie sowas in die Richtung. Auch Chronicles Russia gab es schon, aber es sind halt ein Chronicles Teil. Und vielleicht hat Ubisoft auch diese Teile genutzt zur Marktforschung, um zu gucken, wie kommt das Setting an. Aber I don't know. Chronicles Teil ist einfach zu brutal. Das möchte ich mir nicht geben. Das fesselt mich nicht, das Gameplay. Das ist einfach kein Träger für eine Story. Von daher nochmal ein schöner Russlandteil. Das wäre wirklich sehr, sehr spannend. Moskau oder irgendwas erkunden dort durch die Tundra gehen im nördlichen Bereich. Fände ich sehr, sehr geil. Generell ist es auch ein Reiseziel, was mich schon ziemlich begeistert. Hätte ich Lust drauf, einfach mal eine Runde dort die Gegend unsicher zu machen. Es gibt ein richtig geiles Video mit so einem Typen. Der hat einfach einen Holzofen in seinem Auto in Russland. Einen Holzofen, weil die Autoheizung halt viel zu schwach ist. Einen Ofen mit Kamin. Unglaublich. Fände ich auf jeden Fall ganz geil. Generell habe ich natürlich auch so eine Schnee-Affinität. Das wisst ihr ja. Das würde ich auch wählen. Das sind so meine fünf Settings, auf die ich mega Bock hätte. Bin gespannt, was eure Settings sind. Also das wechselt bei mir auch wirklich regelmäßig. Je nachdem, was ich auch für Popkultur konsumiere. Wenn es Viking ist, dann habe ich halt Bock auf Valhalla. Und wenn ich mir einen Wüstenfilm angucke, dann habe ich halt gerade mal mehr Bock auf Origins. So läuft es bei mir zumindest. Ich bin da auch beeinflussbar, so wie jeder Mensch, denke ich mal, mit dem, was man sich umgibt. Das begeistert einen dann meistens. Und das sind so die fünf Dinge. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Sorry fürs Gehen. Ich sollte nicht so viele Videos an einem Tag machen. Bis dann, euer Kahn. Und natürlich gerne in die Kommentare schreiben, eure Top 5 Wunsch-Settings für AC. Wiederschauen und Abo gehauen. Das wäre nice. Tschüss.